Dieser gebrauchte Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Zwei Personen haben in diesem weißen viertürigen Transporter Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 48.000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2011. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Anhängerkupplung, Tempomat und noch vieles mehr. Das 5-Gang-Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 86 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 12.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester 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 5 Bester Bester Tief Bis zum nächsten Mal.